Ja, Deutschlandzerstörer klingt zwar sehr hart, aber die Aufgabe der Naturwissenschaft und echter Naturwissenschaft besteht eben auch daraus, zum Beispiel zu Zeiten Hitlers hätten die Naturwissenschaftler warnen sollen vor dem Deutschlandzerstörer Hitler und der hat es ja nun wirklich vollends geschafft, Deutschland zu zerstören. Ja, und von daher die Deutschlandzerstörer heute in den Videos sind sicherlich auf keinen Fall so schlimm wie sozusagen der Deutschlandzerstörer Hitler, aber trotzdem ist die Aufgabe der Naturwissenschaft zu warnen, aber natürlich mit Argumenten und mit naturwissenschaftlichen Beweisführungen beziehungsweise naturwissenschaftlichen Argumentationsketten ganz sachlich. Ja, denn jeder, der Deutschland zerstört, meint es ja gut, auch Adolf Hitler hatte es gut gemeint mit Deutschland, nur war er so in Irrtümern gefangen, dass er faktisch ein Massenmörder war. So, beginnen wir mit KenFM. Ein Video hat er veröffentlicht, das ist wirklich das Maximum des Schnellredewettbewerbs. Ich stelle ihn ja sowieso immer auf 0,75 Geschwindigkeit, aber dieses Video ist wirklich dann der Beweis dafür, dass die Formel gilt, extrem schnell reden und dabei schlecht denken. Also es gibt Leute, die können fantastisch reden, aber da sie während des Redens und auch davor und danach nicht richtig denken können, ist das dann ein ganz hektisches Geplapper, zwar fehlerfrei, aber ich sage immer lieber fehlerfrei, aber richtig denken. Und wenn man dabei während des Redens denkt, ist das wirklich eine sehr schwierige Geschichte. Ja, und deswegen, also wo ist der Fehler? Also KenFM regt sich schrecklich in diesem Video auf über Kriege aus der Region, aus der er selber seine Familie stammt und so weiter. Und dabei sieht er überhaupt nicht und er regt sich auf. Das heißt also, er wendet sich gegen einen Feind, die Kriegemacher, die Kriegetreiber, die sozusagen, ich reg mich ja nur auf und plustere mich auf gegen etwas, was ich als meinen Feind erachte und als mein Gegen. Und das ist der gefährliche Fehler. Dieses ewige Feindbild, dem werden wir heute noch in den zwei Videos noch öfters begegnen. Dieses ewige Spalten, also dieses Spalten, ich nenne es mal scherzhaft Spaltungsirre sein. Dieses ständig Feindbild, er ist sich nicht klar, dass er in seinem sich aufregen über und gegen Kriege wieder einen neuen Krieg führt. Nämlich den Krieg gegen die Kriegstreiber und die Kriegsmacher und die Kriegsgewinnler und alles und so weiter. Aber es gibt leider nur einen Weg zur Rettung Deutschlands und Europas, endlich aufzuhören mit den Kriegen gegen, mit der Feindbildgeschichte, mit diesem Hass und dem Gegeneinander und so weiter. Denn Kriege gehören eben faktisch im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft zu den Spielen der Erwachsenen, wie es Professor Eric Byrne mal formuliert hat, also sozusagen die Spiele der Erwachsenen. Wenn wir, KNFM müsste sagen, okay, wir müssen die soziale Marktwirtschaft beenden und das ganz friedlich und ganz kooperativ, so wie die zweiten Scientists for Future 2 das vorschlagen. Und das wäre der Weg und da kommen wir dann zur Lösung des Problems. Ganz kurz, der ultrakurz der Beleg hier, Kriegstreiberei. Alles fing vor 400.000 bis 300.000 Jahren an mit dieser Kriegstreiberei und das fing an möglicherweise mit einem ähnlichen Vorgang wie hier. Vor 400.000 bis 300.000 Jahren, der erzählt hier, ach, eine Gruppe hat nachts die andere besucht, eine Kommune hat die andere nachts besucht und was war das, ein Schmusen und ein Herzen und ein Lieben. Und der versteht die Sprache nicht, wie bei der stillen Post, versteht das falsch und versteht, ach, eine Gruppe hat die andere nachts totgeschlagen und alle waren tot und schrecklich und blutig und das in allen Farben schildert. Bei diesen Zuhörern entsteht keine Kaufsucht, keine Konsumsucht gegenüber irgendwelchen Produkten dieses Händlers. Er wird so wenig verkaufen wie immer und so weiter. Aber dieser Händler hier, die Leute, seine Zuhörer bekommen panische Angst, kaufen ihm zufälligerweise dann die Massen von seinen Steinexten ab, um eventuell vielleicht sogar auch in einem Präventivkrieg die anderen Kommunen zu töten, bevor sie selber getötet werden können. Und schon ist über Gehirnwäsche und Irrtümer und eine falsche Geschichte ist schon die Kriegshetzerei und die Kriegstreiberei in der Welt. Und das muss gar nicht aus Absicht geschehen sein, sondern kann völlig einfach nur aus einem Missverständnis entstanden sein. Aus einem Irrtum heraus. Irren ist menschlich. Nicht nur, dass eben die soziale Marktwirtschaft, der Kapitalismus ein mörderisches System ist, das sofort aus jedem Irrtum, jeden Irrtum gleich massenhaft verbreitet. Denn wie verbreitet sich jetzt dieser Irrtum massenhaft? Indem der erstmal unheimlich viel Umsatz macht. Dadurch kann er diesen Händler auskonkurrieren. Über sein damaliges, vor 400.000 bis 300.000 Jahren war natürlich das Marketing und das Glitzern und das Beeindrucken der Kunden natürlich noch viel primitiver als heute. Aber das gab es ganz sicher genauso schon. Dieser konkurriert also den aus. Der muss seinen Laden schließen und mit seinen friedfertigen Geschichten, die friedfertigen Geschichten verschwinden. Und hier, der kann zwei Kinder ernähren, dann dieses Kind kann dann wieder drei Kinder ernähren. Und so breitet sich quasi letztendlich eine Waffenhändler-Dynastie aus. Denn die wird sich natürlich schwerpunktmäßig, wenn er sieht, was er für einen Riesenerfolg beim Steinexte verkaufen hat, wird sich diese Dynastie immer mehr auf den Waffenhandel ausorientieren. Und überall haben sie im Gepäck Geschichten, die in die gesamte Gesellschaft, in alle Kommunen hineindringen, dass eben man Waffen kaufen muss, weil, wie gesagt, weil es von Natur aus vorgekommen sei, dass eine Kommune die andere nachts überfallen hätte und totgeschlagen hätte. Und dann erscheint es ja als rational, dass sich die ganze Welt bewaffnet. Und das heißt also, dass hier ein einzelner Irrtum, ein einzelnes Missverständnis, ein sprachliches Missverständnis im Stile einer stillen Post, dass das wirklich ausreicht, um das Spiel der Erwachsenen, Professor Eric Byrne, sozusagen das Kriegsspiel in der sozialen Marktwirtschaft zu verankern und drin zu machen, ja. Und jetzt hat das nun gar keinen Sinn, sich dagegen aufzuregen, sondern das muss man verstehen und das muss man zur Sprache bringen, sozusagen. Und dann muss man eben hier sich nochmal klar machen, wo kommen wir denn her? Warum ist es denn jetzt Quatsch, gegen die Kriegstreiber ein Feindbild zu veröffnen? Wir stammen aus dem Miteinander. Das sind jetzt Äffchen, junge Äffchen mit relativ kleinen Gehirnen hier. Und je kleiner das Gehirn ist, desto größer ist die Neigung zur Gewalt und zum Gegenlande und desto geringer ist das friedliche, liebevolle Miteinander. Und die höchste Stufe ist sozusagen, wäre das pazifistische Miteinander auch all der Nachbarkommunen, wofür es gerade bei Gmx auch einen Bericht gab. Da gab es einen Bericht darüber, dass eben vor 30.000 Jahren doch ganz weite Verbindungen über ganze Regionen, sowas wie freundschaftliche, pazifistische Allianzen zwischen Kommunen sozusagen bestanden. Und sogar da erstaunliche Entfernungen, sogar bis zu 300 Kilometer wurde genannt, als Entfernungen, die dann natürlich geschützt haben, also bei eventuellen Nahrungsklappheiten, die doch mal auftreten konnten, trotz aller sinnvollen Bevölkerungseinschränkungen sozusagen, wie sie hochentwickelte Säugetiere, wie ich ja schon so oft beschrieben habe, haben. Und dann, aber dann kann man sich mal Nahrungssachen leihen oder den Zugang zu bestimmten Nahrungsgebieten sich gegenseitig erlauben und dann bei nächster Gelegenheit wird das dann wieder zurückgegeben. Also ein Geben und Nehmen über große Regionen hinweg und das erfordert aber große Gehirne, man muss sich wiedererkennen und so weiter. Und man sieht hier auch schon, auch schon bei Affen mit solchen kleinen Gehirnen, viel, viel kleiner als das menschliche Gehirn sozusagen, ist der Aspekt des Miteinanders und der Gemeinschaft und hier des gemeinschaftlichen Wärmens und so weiter, immer auch schon sehr groß. Aber bei diesen Affen gibt es zugegebenermaßen, weil die so winzige Gehirne haben, da gibt es dann eben friedlichere Lösungen erfordern größere Gehirne. Und dann sehen wir hier, ja, hier, das könnte ein Vorfahr eines heutigen Kriegstreibers sein, eines Kriegsaktionärs, Großaktionärs, Waffenindustrie, Großaktionärs und so weiter. Aber man sieht, auch die waren ja auch vorher immer eingebunden in ihre Kommune und es gab da kein Gegeneinander und es gab diese ganzen Spaltungen nicht. Und deswegen ist der entscheidende Punkt, woher kommt die Spaltung? Und dann nochmal ganz kurz, Ken FM, was er natürlich nicht verstehen kann, da fehlt ihm die naturwissenschaftliche Grundausbildung dafür, na, aber ich versuche es trotzdem, wir wollen ja nichts unversucht lassen. Ganz kurz zusammengefasst, dieser Händler hier erzählt, ach ja, all dieses Schmusen in den Kommunen, ach wie herrlich ist das und wie toll ist das. Und deswegen werden seine Kunden wiederum nicht konsumsüchtig, nicht kaufsüchtig kaufen, nicht genug. Während dieser Händler unter den Rahmenbedingungen übrigens, das ist die freieste Marktwirtschaft, die wir je hatten in der Zeit, von vor 400.000 bis 300.000 Jahren, dann 200.000 Jahren, 100.000 Jahren. Das ist die freieste Form der Marktwirtschaft, die wir je hatten. Und wenn wir, aber das sage ich nachher noch, also wenn wir da schon eine Art Wohlfühlnoten-Wahlstimme gehabt hätten, da hätten wir sehen können, dass in der Zeit von vor 400.000 Jahren bis heute ein beispielloser Niedergang des Wohlfühlens und der Lebensqualität in der Menschheit entstanden ist, auch wenn damals vor 400.000 bis 300.000 Jahren wir ja fachlich noch vom Homo Erectus sprechen und noch nicht vom Homo Sapiens. Aber sozusagen, ich würde mal, auch trotzdem sollten wir den Homo Erectus schon eigentlich als vollen Menschen betrachten, den späten Homo Erectus. Schließlich handelt es sich um unsere Urgroßväter und Urgroßmütter, das vergessen manche, das sind unsere direkten Vorfahren in Afrika. Und ja, jetzt gucken wir es uns nochmal an. Also das heißt, der erzählt, ach wie toll ist dieses Geschwuse und der zufällig hat ein paar Irrtumsgedanken und hat sagt, ach wie widerlich, eklig und unkeusch und unmoralisch und unschicklich ist dieses ganze, dieser ganze Körperkontakt in den Kommunen und zwischen Mutter und Kind, wie widerlich und wie eklig. Da schlecken ja die Mütter ihre Babys den ganzen Körper mit der Zunge ab und so weiter. Das ist ja sexueller Missbrauch, das ist ja auch eklig, das ist ja uuuhu. Ja, sozusagen. Also er urteilt über die Natur seiner eigenen Art, weil er irgendwie ein bisschen Wirre im Kopf ist. Aber jetzt anstatt, dass dieses Wirre im Kopf ausstirbt, wie es normalerweise immer geschehen war vorher, haben wir ja jetzt die soziale Marktwirtschaft, die freie Marktwirtschaft, freie soziale Marktwirtschaft, wie sie freier nie war. Und da passiert Folgendes, durch solch einen Irrtum, solch ein wirres Denken werden die Zuhörer seiner Reden sozusagen total verschüchtert und fangen einige an zu glauben, dass das ja wirklich irgendwie unschlecht ist, dass dieser viele Körperkontakte in den Kommunen, dadurch wird der Körperkontakt in den Kommunen weniger und schon spalten sich zwei grundsätzliche Gruppen ab aus den Kommunen. Die Männer, die vorher alles den Frauen und Kindern geschenkt haben, sagen, ja wieso, ich habe jetzt keinen guten Sex mehr, ich werde nicht mehr geliebt, was interessieren mich jetzt noch die Frauen und Kinder, denen ich vorher alles geschenkt habe, aber ich fühle mich nicht mehr geliebt, ich bin unbefriedigt, ich muss mich irgendwie anders amüsieren. Und jetzt haben die angefangen, selbst eigene Tauschhandelsimperien aufzubauen und die andere Hälfte der Männer hat angefangen, kriminellen Bünde sozusagen, Verbrecherbünde aufzubauen. Und dann, so kam es zur Spaltung sozusagen. Und wenn man jetzt eine kranke Gesellschaft therapieren will, dann macht man ja kein Feindbild und sagt nicht, wie bei den Linken die eine Frau, wir erschießen jetzt mal die Reichen so, auch wenn sie es vielleicht nur scherzhaft gemeint hat, aber es zeigt ja, welche Offenheit für welche Gedanken da ist. Also sozusagen, wir machen nicht ein neues kapitalistisches Feindbild auf und verkaufen wieder neue Waffen an die Revolutionsarmeen und Revolutionsideen, sondern wir führen alle wieder zusammen. Also wir führen unsere Milliardärskönige, also hier das Analogum, das wäre vielleicht einer dieser Milliardärskönige, wieder, wir müssen alles wieder in die glückliche Gemeinschaft zusammenführen und das völlig ohne jegliche Freiheitseinschränkung und jeden Zwang, weil die zweiten Scientists for Future 2 stehen für absolute Freiheit, während ja die freie Marktwirtschaft, wie ich ja jetzt deutlich gemacht habe, für die Totalunterdrückung der Freiheit stehen. Denn was ich ja geschildert habe, ist hier, dass unsere natürliche Freiheit, unsere Naturbedürfnisse befriedigen zu dürfen, durch den freien Markt systematisch unterdrückt und zerstört wurde. Ja, und mir kommen diese ganzen Freimarktwirtschaftler sozusagen, wie Dr. Markus Krall und so weiter, immer so vor wie Leute, die, nachdem man sie mit der Peitsche und mit den Knüppeln in alles, was Lebenslust bedeutet, ausgetrieben hat, die dann sagen, Ich hatte nie solche Bedürfnisse. Ich hatte nie solche Bedürfnisse. Also sozusagen die Identifikation mit Mark Ressol. Solange lang genug seelisch auf ihn eingeprügelt wurde, hat natürlich kein, ein Dr. Markus Krall, natürlich kein Bedürfnis danach, hier morgen mit, vielleicht sind das hier Weibchen, ich weiß es nicht, mal mit der zu schmusen und dann mal mit der zu schmusen und dann mal hier, das könnte ein Männchen sein, dann vielleicht mit dem Weibchen mal und das so richtig zu genießen und so richtig und dann mit den Kindern zu spielen und denen alles zu schenken und so weiter. Diese Lust, die kennt ein Dr. Markus Krall natürlich nicht mehr, denn er hat ja solche Bedürfnisse nie gehabt, weil auf seiner Psyche wurde so lange eingeprügelt. Ich erinnere mich noch dran, wie meine Mutter natürlich nett gemeint, denn das war ja nicht bös gemeint, aber sozusagen das, was hier entstanden ist, diese Feindseligkeit gegenüber der körperlichen Liebe, da hatte ich mit meiner hübschen Nachbarsfreundin sozusagen, haben wir wohl Doktorgespiele gespielt und dann gab es den Tadel und ich weiß noch, dass, obwohl es ja nur ein sanfter Tadel meiner Mutter war, Kinder sind von so etwas total beeindruckbar und einschüchterbar, ja, und so wurden wir dann erzogen, dass wir solche Bedürfnisse am besten niemals gehabt hätten und auch niemals haben würden und solch eine Pädagogik der Selbstunterdrückung ist halt bei so Leuten wie Dr. Markus Krall tausendprozentig gelungen, sodass die also sagen, ich erlebe gar keine Freiheitseinschränkung in der freien Marktwirtschaft, sondern in einer Befreiung, wobei ich könnte jetzt hier tausend weitere Beispiele anführen, dass alles, was bei freiem Markt geschieht, die totale Freiheitseinschränkung ist, weil den Menschen immer ihre natürlichen Glücksquellen weggenommen werden und ihnen dafür stattdessen die Konsumsucht und die Kaufsucht im Sinne einer Ersatzbefriedigung gegeben wird. Ja, dann schauen wir doch mal weiter. Hier, wo haben wir es? Dann geht es hier weiter im Text. Ja, ich bin ja schon bei Dr. Markus Krall gewesen, sein Lehrer, Hayek, den er ja auch öfters erwähnt und Mises gehört ja auch noch dazu. Ja, dieser Hayek hat, es gab so ein Video, wo das Buch zusammengefasst wurde, die Verherrlichung, Hayek verherrlicht den Individualismus. In Wirklichkeit ist das, er sieht das als positiv. In Wirklichkeit, was wäre hier Individualismus? Das ist das, wovon unsere Gesellschaft gekennzeichnet ist. Unsere Gesellschaft ist gekennzeichnet von totaler Vereinsamung, von Vereinzelung, von einem pathologischen Egozentrismus. Es gibt kein Wir mehr. Wenn die einzige Weg, wie Menschen in ein Wir kommen, ist, wenn sie die Frauen und Kinder, die Männer, die Frauen und Kinder der Gruppe lieben und die Frauen und Kinder, die Männer der Gruppe lieben und sich alle lieben, weil sie eben auch ganz viel Lust miteinander haben. Es ist ja sogar so, das sieht man an den Bonobos schon, dass wir Menschen wohl, da gibt es sehr viele Parallelen, die will ich jetzt nicht genauer erläutern, aber bei den Bonobos ist ja so, dass die Frauen 100% bisexuell sind. Ich spreche ganz bewusst von Frauen, denn Bonobos sind ja fast Menschen. Nur der einzige Unterschied ist, sie haben ein etwas kleineres Gehirn, sind noch nicht so absolut pazifistisch, wie es Menschen sein können von Natur aus, ohne die freie Marktwirtschaft, ohne den freien Markt. Und dann ist es eben so, dass sozusagen auch die Frauen sich in der Gruppe total lieben, denn die Frauen werden in so einer Gruppe ja zusammengesetzt, die kommen aus den umliegenden Gruppen, so im Rahmen der Pubertät wandern sie ja weg von ihrer Heimatgruppe und lieben sich ein in die neue Gruppe und wenn dann die Frauen gegen sie wären, wäre das schlecht, also haben die eben genetisch ein hohes Krongrad an Bisexualität, also einen 100%igen Bisexualitätsfaktor und dadurch lieben sich dann auch die Frauen ein mit den Frauen und so weiter. Also durchzieht die ganze Gruppe ein Band der Liebe und da die Männer in den Gruppen verbleiben und deswegen alle hochgradig miteinander verwandt sind und Verwandte sowieso ein genetisches Programm haben, einander liebevoll zu begegnen, sind die ganzen Kommunen voll Liebe. Und dagegen steht jetzt der aufgeregte KenFM mit seinem Feindbild und der Hayek, der quasi die Spaltung und Aufspaltung dieser Kommune, wie ich sie eben geschildert habe, durch die freie soziale Marktwirtschaft verherrlicht sozusagen und aus der Unterdrückung und Zerstörung seines eigenen Lebensglückes eine Ideologie macht, die er gerne ganz Europa überstülpen möchte und was dann zur Totalzerstörung der Lebensqualität in Europa führen würde und er wäre dann ein Europa-Zerstörer, Österreich-Zerstörer und Deutschland-Zerstörer. So, ja, also Hayek versteht nicht, dass die freie soziale Marktwirtschaft den Rechtsstaat zerstört. Das werde ich jetzt gleich im nächsten Video zeigen, wie das denn nun geht. Ja, schaut euch das vorherige Video an, die gehören dann zusammen. Alle, die die gleiche Nummer haben, gehören zusammen zu einer Reihe. Ja, und ich war gerade dabei zu erzählen, dass Hayek neben seiner Verherrlichung des Individualismus natürlich noch viele andere Irrtümer hat, aber eben auch, er versteht nicht, dass die freie soziale Marktwirtschaft nicht für Rechtsstaat steht, sondern der zentrale Zerstörer des Rechtsstaates ist. Ich muss vielleicht mal ganz kurz erwähnen, dass ja die zweiten Scientist for Future 2 neben der Wohlfühlnoten-Wahlstimme auch die zur Diskussion empfehlen, über eine zusätzliche Unterwahlstimme noch zu diskutieren, die Sicherheitsgefühlnoten-Wahlstimme quasi, als die, die ja auch manchmal ein bisschen anders ausfallen kann, als die gesamte Wohlfühlnoten-Wahlstimme. Und warum ist es erforderlich, für den Bereich des Sicherheitsgefühles eine besondere Sache einzuführen, eben wegen der Zerstörung des Rechtsstaates durch die freie soziale Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall, der Werteunion und all dieser Personen und von Hayek und Mises und so weiter von diesen Europa-Zerstörern. Ich ganz kurz die naturwissenschaftliche Beweisführung und Argumentationskette. Hier haben wir einen Polizisten, Staatsanwalt und Richter. Egal welchen, also Sie können alles einsetzen. Setzen Sie Polizist ein, Staatsanwalt oder Richter. Also einen Teil des Rechtssystems. Dieser hier entwickelt die Idee, ja, wir sollten alle Mittel gehen. Wir sollten mit zum Beispiel in Kleidung in Zivil, mit versteckten Kameras uns unauffällig unter die Reihen von Menschen, die verbotene Dinge tun, begeben. Wir sollten auf Anrufe unserer Bürger reagieren, sozusagen, weil wir, sozusagen, wir, wenn die uns sagen, wo ein Problem ist, dann versuchen wir das mit Kameras versteckt und verdeckt einzufangen, sodass wir den Täter direkt überführen können und so weiter und bleiben da im ganz engen Kontakt zu den Opfern und tun alles, damit die Täter dann, wenn wir sie überführt haben, versuchen wir dann auch alle Wege, diese dann auf einen verbrechensfreien, neuen Lebensweg zu bringen. Ja, so, das klingt auch ganz menschenfreundlich, ne? Aber welcher? Hier haben wir einen damit konkurrierenden oder in Wettbewerb stehenden Richter, Polizisten, Staatsanwalt. Und wann erlebt er sich, das ist eben Naturwissenschaft, dass man guckt, aha, welche verschiedenen Varianten an Ressourcen befinden sich in einer bestimmten ökologischen Nische sozusagen und wonach, wie verläuft dann die Evolution sozusagen. Und das ist für naturwissenschaftliche, richtige Naturwissenschaftler selbstverständlich, aber das können Pseudowissenschaftler eben nicht. Das heißt also hier zum Beispiel, was ist, wenn der Richter zum Beispiel die Idee entwickelt? Nein, also, ach, ich muss ja Mitleid haben mit den Tätern und so weiter. Und außerdem dann auch noch Kamerabeobachtung, ach nein, das ist ja, ach, Datenschutz, da müssen wir doch den Datenschutz über alles nehmen, also Datenschutz über alles, auch wenn es die Täter schützt, ist doch nicht schlimm und so weiter. Wir müssen halt anders gucken. Und dann hier ein Polizist sagt, nein, so hart können wir doch da nicht, das wäre ja so eine Art Bespitzelung und so weiter, können wir doch nicht tun und so weiter. Und dann entwickeln die Polizisten und die Staatsanwälte solche Ideologien, solche Philosophien, solche berufsständischen Philosophien. Und jetzt hatten wir vorhin den einen mit einer sehr opferfreundlichen Philosophie, Philosophie, Polizeifilosophie, Staatsanwaltschaftsphilosophie und einem entsprechenden Richterselbstverständnis. Und hier ist das Selbstverständnis ein ganz anderes. Und jetzt passen Sie auf, ich habe ja gesagt, in der freien sozialen Marktwirtschaft verbreitet sich immer das für uns alle Schädliche. Nämlich, dass der hier, hier bekommt der Richter, weil sich auf seinem Tisch werden sich unerledigte Straftaten regelrecht Berge aufbauen. Auch beim Staatsanwalt werden sich richtige Berge aufhören. Denn aufgrund dieser, aufgrund dieser Philosophie und aufgrund der Tatsache, dass die Polizisten sich mit den Tätern eher prügeln, als dass sie knallhart durchgreifen und mit einem kurzen Maschinenpistolen-Salvo jegliche Diskussion beenden, sozusagen. Also einen Warnschüssen und so weiter sofort klar machen, hier ist, hier, wir prügeln uns nicht mit den Verbrechern, sondern wir greifen knallhart durch. Und schützen knallhart die Opfer und unsere Bürger. Und jetzt diese gegenteiligen Philosophien, die darauf hinauslaufen, dass am Ende die Täter geschützt werden und nicht richtig angegangen werden und auch nicht vom Weg abgebracht werden und auch nicht versucht wird, mit ihnen eine wirkliche Begleitung hin zu einem besseren Lebensweg zu gestalten, sozusagen. Dadurch kriegt jetzt der Richter und der Staatsanwälte eine hübsche, junge Kollegin an seine Seite gestellt, um diesen riesigen Berg zu bearbeiten und erlebt natürlich, das ist biologisch, ist es der mögliche Zugang zu der DNS, also zu den Eizellen dieser Frau, und das ist natürlich eine riesige Gratifikation und sozusagen und möglicherweise kann er tatsächlich dann mit der neuen Staatsanwaltschaftskollegin dann zwei Kinder in die Welt setzen, dann in der nächsten Generation werden drei Kinder in die Welt gesetzt und so breitet sich dann eine täterfreundliche und opferfeindliche Philosophie in der Staatsanwaltschaft, im Richterwesen und in dem Polizeiwesen aus mit den sich ausbreitenden und beruflich erfolgreichen Personen. Zum Beispiel in der Polizei kann ich mit solch einer täterfreundlichen Philosophie und mit solchen Bedenken gegen den Datenschutz und so weiter sozusagen Datenschutz, also Narrenfreiheit für Kriminelle bedeutet das faktisch, kann ich dann sozusagen ich kann dann Vorgesetzter von zehn neuen Polizisten werden, weil wir ja so viel Straftaten los sind, da ich ja praktisch nichts gegen die Verbrecher unternehme, werden die natürlich immer mehr sozusagen und ich habe ja vorhin erklärt, wie es zu dieser Spaltung, der Abspaltung der Verbrecher und der Milliardärskönige aus den Kommunen kam, ja, durch den Liebesmangel und dann, ja und so wird dann die Polizei ein riesiger Apparat, wo die Bürger ständig neue Stellen bewilligen, deren Vorgesetzter der einzelne Polizist dann wird und sich dann befördert und wichtiger fühlt und so weiter, also wieder lauter Gratifikationen habe, die auch seinen Stellenwert in der Gesellschaft erhöhen, ja, wenn ich Vorgesetzter von 20 anderen Polizisten bin, ist das was ganz anderes, als wenn ich der letzte Unbedeutende in der Kette bin sozusagen und so und das und Hayek versteht überhaupt nicht, dass es genau diese seine freie Marktwirtschaft war, die auch in den Behörden wirkt und auch auf alle Bürokratien und auf alle Systeme wirkt, dieser freie Wettbewerb und freie Markt, der hier zugelassen wird, dieser ungelenkte und völlig freie Markt ist es, was unseren Rechtsstaat so zerstört hat, wie er jetzt ist, ja, und das bedeutet eben sozusagen, ja, wie sieht die Lösung aus, ich habe es ja schon gesagt, ist ja total einfach, nehmen wir mal an, wir würden die Sicherheitsgefühlnoten, Wahlstimme dazunehmen, dann macht also nur noch Karriere, wer das Sicherheitsgefühl von uns Bürgern in dem Bezirk, den er für eine bestimmte Zeit zuständig ist, maximal verbessert und das heißt, dass er opferfreundlich sein muss, täterfreundliche Philosophie, es entwickeln sich dann unter diesen neuen Evolutionsbedingungen, breiten sich dann automatisch derjenige mit dieser opferfreundlichen und täterfeindlichen Gesamtphilosophie mit seinen Polizeibeamten in zivil und versteckten Kameras und so weiter, der, der würde dann riesigen Erfolg haben, weil er ja über die Sicherheitsgefühlnote quasi mit Karrierebelohnungen belohnt wird sozusagen und dadurch breitet sich sozusagen eine völlig andere Polizeiphilosophie, Staatsanwaltschaftspilosophie, eine bürgerfreundliche Richterphilosophie aus und die anderen sterben aus. Also wir haben dann die totale Umkehrung und gerade nur durch was? Durch die Beendigung des freien Marktes und durch die Einführung einer idealen echten Planwirtschaft mit einerseits planwirtschaftlicher Lenkung in Richtung Erhöhung der Sicherheit in der Gesellschaft sozusagen und dann natürlich mit den dazugehörigen zu einer echten Planwirtschaft gehörigen, habe ich ja schon oft gesagt, mit Wettbewerb, fairem Wettbewerb, faire Leistungsmessungen und mit fairem Markt und dieser neue Markt führt dann dazu, dass Täter freundliche Richter seltener werden und aussterben sozusagen und auch kaum Nachkommen hinterlassen können und deswegen auch an ihre Kinder keine solchen verqueren täterfreundlichen Philosophien mehr weitergeben können und die bürgerfreundlichen Philosophien breiten sich mit dem Erfolg ihrer Träger aus und vermehren sich und dann haben wir also durch die Beendigung des freien Marktes haben wir einen funktionierenden Rechtsstaat den wir vielleicht irgendwann sogar gar nicht mehr brauchen ganz am Ende gar nicht mehr brauchen weil wenn die Menschen wieder in ihre wenn die Männer und und auch die kriminell gewordenen Frauen wenn alle wieder zurückkommen in dieses Band der Liebe des Miteinanders aber das muss freiwillig geschehen also niemand in einem echten echten naturwissenschaftlichen echten Kommunismus Sozialismus Planwirtschaft also in genau dem Gegenteil dessen was diese Raubmörder angerichtet haben dieses Stalins und ähnlichen ja also all diese Raubmörder angerichtet haben und das nur genannt haben fälschlicherweise Kommunismus Sozialismus und Planwirtschaft also diesen Betrügern sozusagen im Gegenteils zu diesen Betrügern wäre also ein echter Kommunismus eine echte soziale Marktwirtschaft eine echte Planwirtschaft also genau das Gegenteil von diesen Verbrechern und das würde uns das darf man aber nie vorschreiben man darf auch dieses Miteinander nicht vorschreiben und so weiter das muss sich ganz von selbst wieder entwickeln wenn die hier wenn die wenn der sozusagen der Glücks Vernichtungsdruck der freien Marktwirtschaft weg ist dann finden die Menschen immer mehr wieder immer wieder entdecken so nach und nach ihre natürlichen Glücksquellen wieder wenn die wenn die Mütter also nicht mehr nicht mehr sagen ach Doktorspiele sind unschicklich sondern die Kinder einfach machen lassen zu was ihre Körper sie Lust hat sozusagen ja und woran sie Spielspaß haben ja dann dann sind die plötzlich die Menschen völlig unverklemmt und finden wieder zurück zu ihren natürlichen natürlichen Glücksquellen zu ihren natürlichen Glücksquellen und brauchen dann diese ganze Konsumsucht und den ganzen Raubbau an der Erde und die Kaufsucht und das Ganze nicht mehr und dann gibt es natürlich auch keine Kriege mehr und so weiter ja so dann schauen wir mal weiter was steht jetzt hier noch das war die Nummer zwei jetzt kommt die Nummer drei jetzt kommt ja Deutschland Europa Zerstörer Christian Fellber kommt jetzt ins Spiel ja also er leistet halt wieder ein Feindbild und einer Neidideologie Vorschub statt dass er das tatsächliche Zusammengehen der Schere ermöglicht also denn die Schere geht ja auch dann hier hier haben wir ja auch wieder wenn die Männer die Milliardäre die Milliardärskönige wo sind sie hier unser Milliardärskönig wenn die Milliardärskönige dann von sich aus und völlig freiwillig und völligst freiheitlich sozusagen wieder sagen ich habe aber Lust in so einer Kommune mitzuleben die so von den Kommunen die so rund um die Hausarztkommunen so nach und nach entstehen weil die Hausärzte auch anregen dass man doch zusammenziehen sollte und so weiter und dann den quasi den Menschen wieder die Fähigkeit die Ärzte den Menschen wieder die Fähigkeit bringen wieder überhaupt kommunenfähig ich habe früher gesprochen von Gemeinschaftsunfähigkeit und von Gemeinschaftsfähigkeit sprechen wir von Kommunenfähigkeit und Kommunenunfähigkeit und dann also sozusagen als Supervisoren zu helfen also eben dass die Menschen alle wieder Kommunenfähigkeit entwickeln und wenn dann also so ein Milliardärskönig dann mal zu Besuch kommt hier und einfach mal mitleben darf und dann sagt hoppla jetzt habe ich mich in diese Kommune so verliebt hier will ich bleiben hier will ich sein dann bringe ich meine Lieben mit und so weiter und meine Verwandten und so weiter da will ich sein und da bringe ich auch meine ganzen Milliarden mit und das schenke ich dann so wie es früher immer üblich war vor 400.000 Jahren schenke ich das alles nach und nach den von mir geliebten Frauen und Kindern die ja dann teilweise eben von mir selber sind und da verschenke ich und verströme ich meinen ganzen Reichtum und der verteilt sich damit wieder über die gesamte Bevölkerung und das ist der einzige Weg wie jemals die Schere zwischen Arm und Reich wieder zusammen gehen wird so wie es vor 400.000 Jahren auch war als es gar keine Schere gab weil es noch keine Spaltung und kein Gegeneinander und keine Vereinschaften gab noch nicht mal zwischen den Gruppen denn wie gesagt ich habe ja gerade drüber gesprochen mit Lebewesen mit großen Gehirn wie die Bonobos haben also vergleichsweise mit uns noch ein sehr kleines Gehirn und trotzdem kennen die keinen Krieg zwischen den Kommunen sondern liebevolle Kontakte zu den Nachbarkommunen und wie gesagt je größer das Gehirn wird desto mehr breiten sich diese liebevollen nachbarschaftlichen Kontakte aus sogar bis über 300 Kilometer wie das dann geschildert worden war ja von Gmx ja also dann der letzte Fehler von von Felber also jetzt um den Fehler nochmal von Felber zu verdeutlichen dieses Neidschüren und diese Spaltung hinein ja er spricht von Gemeinwohl Ökonomie aber der meint für die Gemeinwohl Ökonomie aber im Hinterkopf steckt bei ihm der gleiche Gedanke die Reichen erschießen wenn auch nicht mit Waffengewalt sondern aber irgendwie abschießen ohne sie zu töten aber eben doch sozusagen herabzuwürdigen und so weiter und das werden sie sich natürlich selbstverständlich nie gefallen lassen warum sollten sie auch ne ja da da geht es zum Beispiel immer darum dass dann so die Neidfrage gestellt wird wie das wievielfache des Gehaltes des Mindestlohnes darf in einer Firma verdient werden oder überhaupt dem Staat verdient werden und dann kam zum Beispiel kommt oft ein Video da kam die Zahl 3 raus also das heißt was weiß ich Mindestlohn was weiß ich 1000 Euro im Monat und dann wären 3000 also das Maximum wäre 3000 Euro im Monat bei 10 wäre es 10.000 Euro im Monat ja und jetzt und das zeigt sich ganz klar dass es die solche Spielereien alle aus dem Neid geboren werden denn die Frage müsste ja sein die naturwissenschaftliche Frage ist ja sozusagen die die heutigen Milliardärskönige sind ja durch den freien Markt der Liebe beraubt das heißt die die hängen nicht an unserem Staat ja die können ihre paar wenigen ihre monogamen Partner und die Kinder nehmen und ihre kleine Familie und können mit Milliarden können sie völlig frei entscheiden zu welchem auf welchem Platz der Erde sie gehen möchten sie werden überall mit offensten Armen empfangen die Frage muss doch sein ab wann verlieren wir die Eliten ab wann wandern all die fähigen Leute aus alle die Erfinder die Entwickler und so weiter die Arbeitsplatzschaffer wann 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 wandern die ab und wenn ich wenn ich wenn ich in der ganzen Welt statt 10.000 Euro im Monat wenn ich dort und wie gesagt ich bin ja nicht mehr in der Liebe ich ich hab ja an den anderen Menschen kein Interesse mehr durch den freien Markt durch die freie soziale Marktwirtschaft die unser aller Leben zerstört hat und wenn ich jetzt sozusagen mit meiner kleinen Familie sozusagen oder so ins Ausland gehe und alles mitnehme und so weiter ich kann ja ein paar Produktionsstätten in Deutschland lassen aber dann die Gewinne versteuere ich im Ausland sozusagen dann habe ich dort kriege ich nicht 10.000 im Monat sondern 100.000 im Monat oder 200.000 im Monat und warum soll das ein Unternehmer ein Erfinder ein Entwickler ein Akademiker eine Professorin warum sollen die das nicht machen warum was gibt es für einen Grund was ist an Deutschland so schön dass die in Deutschland bleiben und jetzt eigentlich gibt es darauf nur eine Antwort wenn er jetzt konsequent wäre sozusagen müsste er eigentlich eine Mauer um Europa oder um Europa bauen und die Reichen und die Fähigen und die Kompetenten nicht mehr rauslassen dann haben wir also DDR dann haben wir also DDR dann müssen wir also maximale Unfreiheit müssen wir alle einsperren und dann die Frage ist ob sie dann überhaupt noch Lust haben Leistung zu bringen wenn sie eingesperrt werden im Gefängnis Europa sozusagen also das ist dann die Frage also von daher ich fasse zusammen für dieses Video also für diese zwei Videos schaut also das Video davor auch alle mit der gleichen Nummer gehören zusammen ja also das heißt Christian Felbers Ideologie heißt zwar Gemeinwohlökonomie aber die einzigen die wirklich Gemeinwohlökonomie können sind die zweiten Scientists for Future 2 und Felber kann es leider nicht der würde dazu beitragen wo ist es hier wo ist es da da haben wir dass wir das nach und nach die fähigsten auswandern es sei denn es wird eine DDR-Mauer rund um Europa gezogen und dadurch verschiebt sich die durchschnittliche Leistungsfähigkeit Europas weiter nach links und dann haben wir bald ein Lebensniveau von 2 Euro am Tag so vielleicht sogar unter afrikanischem Niveau weil dann alle Denker alle Entwickler alle Arbeitsplatzschaffer sind weg und übrig bleiben Idioten und die Idioten werden Europa kaputt wirtschaften und sind nicht mehr konkurrenzfähig und wir werden dann sozusagen alle in Zukunft alle von 2 Euro am Tag leben müssen sozusagen und das ist das was Christian Felber macht obwohl er genau das Gegenteil sicherlich will aber so ist das mit den Irrtümern Irrtümer würde bedeuten dass man glaubt man würde eine Gemeinwohlökonomie aufbauen aber faktisch würde er wäre er der Sargnagel Europas also echte Gemeinwohlökonomie können nur die zweiten Scientist for Future 2 Dankeschön es geht gleich weiter mit der nächsten Nummer und den dazugehörigen Videos Tschüssi